Stelle. Stelle ist ein bestimmter Ort, ein bestimmter Platz. Man kann zum Beispiel sagen, dass man sich an einer bestimmten Stelle treffen will oder man kann sagen, das ist eine schöne Stelle, um zu meditieren. Stelle ist auch ein gewisser Bereich an einem Körper. Zum Beispiel kann man fragen, an welcher Stelle soll ich mich denn besonders konzentrieren. Und die beste Stelle, sich zu konzentrieren in der Meditation, ist entweder die Herzgegend oder die Stirngegend. Eine Stelle ist auch ein Teil in einem Text. Zum Beispiel kann man fragen, welche Stelle in der Bhagavad Gita gefällt dir besonders gut. Stelle ist auch eine bestimmte Reihenfolge. Zum Beispiel kann man fragen, an welcher Stelle bin ich denn in meinen Fragen bei dem Meister. Stelle ist auch eine bestimmte Position, die man innehat. Man kann zum Beispiel sagen, in dem gemeinnützigen Verein begleitet man die Stelle eines Schatzmeisters. Stelle ist auch eine Dezimalstelle. Zum Beispiel kann man einen Wert auf vier Stellen hinter dem Komma genau angeben. Und natürlich gibt es auch noch die Feuerstelle, es gibt die Unglücksstelle und viele andere Stellen. Stelle hat natürlich etwas mit Stellen zu tun. Stellen heißt etwas an einem Ort zum Stehen bringen, etwas irgendwo hinstellen. Da, wo man etwas hinstellt, ist die Stelle.